Hallo der herzlich willkommen zurück beim gierigsten dieb eu west der ost und ja bei tief simulatoren es gibt meine liebe freunde wir wollen Hier in zeuschen und ne oder wir wollen hier in zeuschen einsteigen wir haben schon zeit vergehen lassen ich habe das spiel schon geladen verdammt Na gut es macht nichts Wir können ja die kameras hacken wurde mir gesagt Und ich glaube das müssen wir auch machen weil ansonsten kommen wir an den einen dings nicht ran wir brauchen hier gar nicht reingehen ey wisst ihr das Das wird schon wieder eine absolute null nummer ich kann euch auch direkt sagen warum Ja moin wieso sind hier offen Warte mal wir sollen ja die karre klauen Wann kommen die wieder 21 28 23 kommen die wieder glaube ich Okay Lab hier Drucker können wir nur tragen Ups der ist glaube ich gerade kaputt gegangen Wir müssen mal gucken was hier noch rum liegt scheitert das engelstorbe findet sich In der küche ein antiker stuhl im flur Moment im flur im flur Okay Antike violine im schlafzimmer Schlafzimmer Der ist jetzt heimgekommen das ist blöd Mist Ach der ist gerade heimgekommen Der kommt 32 uhr schon heimlich 23 uhr verdammte axt Wir müssen mal gucken Warte mal ob das jetzt überhaupt sinn macht Wo sind wir jetzt hier Kinderzimmer Oh der geht ins Kinderzimmer bin ich gerade Und dann geht er in die garage Und dann ins schlafzimmer Die sind dann ein paar stunden im schlafzimmer Toilette Toilette Der hockt zwei stunden auf dem klo Na Respekt Okay Das ist Gar nicht mal so verkehrt So was jetzt mit dem körper alter kommt da Ja moin Ich glaube aber dass sie einen hier entdecken oder Ne der schlingelt jetzt nur ein bisschen rum Der Spannung halber und dann macht er wieder los Alles klar Okay die Tür hat er auch aufgemacht So Der macht wieder los Da bleibt die Zeit Ne die Zeit bleibt nicht stehen Das ist schon mal sehr gut Die Zeit bleibt nicht stehen Die läuft weiter Das war nicht ganz so umsonstes Die machen wieder los Der hat die Tür zugemacht Wo wollen die aber hin jetzt Das ist die Frage Jetzt kommt der nächste heim Okay Jetzt kommen die Der eine geht in die Garage Der andere macht Toilette Und der geht ins Schlafzimmer Okay Das heißt wir chillen noch ganz kurz Das ist nur die Frage wo ist das Schlafzimmer ne Okay Okay Alter Ab wann bin ich safe überhaupt Ab 1 Uhr Ist ja gleich Da müsste sich jetzt einer von den beiden müsste sich gleich ins Bett legen Dann hätten wir das schon mal erledigt Und warte mal wir haben den Schalter für das Eingangstor Befindet sich in der Küche Okay In der Küche ist der Schalter für das Eingangstor Das ist ja auch gut Ich überlege halt ob ich rausgehe und zumindest schon mal das Kinderzimmer hier durchsuche Weil theoretisch könnte ich ja vorne die Tür zumachen Aha Ist aber trotzdem noch im Nebenraum Also einer geht jetzt in 10 Minuten ins Bett Das warten wir auf jeden Fall noch ab Und dann gucken wir mal was der andere macht Da sind wir ein bisschen safer ne Wenn der eine schon mal im Bett liegt Dann können wir unseren Liebesfeldzug hier weitergehen Ist aber auch krass ne Du siehst jemanden in der Hütte Und na gut Die haben mich ja nicht direkt gesehen Die haben ja nur gesehen Dass ich eingebrochen habe Oder dass eingebrochen wurde Okay der scheint jetzt zu pennen zu gehen Oh der geht auch nicht pennen Alter was ist denn jetzt Was machen denn die für einen rumgezummel hier Der liegt hin oder Der legt sich hin Alles klar Gut sind wir erstmal safe Können wir hier erstmal weiter durchsuchen Die geht ja auch gleich ins Schlafzimmer und Unterlagen Handy Da gibt es auf jeden Fall ein paar feine Sachen ne Aber das müssen wir halt alles was draus schleppen Unser Kofferraum ist jetzt auch nicht so geräumig 120 ein so ein Lautsprecher ist auch nicht schlecht Aber ist jetzt auch nicht so viel Was ist das? So ein Headset Das ist nicht schwer Das können wir mitnehmen Ah komm Okay Was haben wir hier für ein Bild? 13 Dollar 9 Dollar Gut So eine Billigdinger hier So Okay sehe ich das gerade richtig Dass beide im Schlafzimmer sind? Aber was macht die? Warum legt die sich nicht hin? Jetzt Komm ich da raus? Nee sie liegt sich hin Okay Beide im Schlafzimmer Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ich geh fester Ich geh fester Aber sonst gibt es hier noch ein Smartphone Das ist gut Okay wir gucken mal hier die Kommode noch durch Geld habe ich noch gar nicht gefunden Was sind das für arme Leute hier? Hä? 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 Was war denn jetzt bitte? Ein Einwohner hat die Polizei alarmiert? Hä? Hä? Das müssen wir jetzt mal einer in die Kommentare schreiben warum Na das verstehe ich ja überhaupt nicht Vor allem sehe ich mal ein Polizeiauto da Das fährt Äh gut das fährt der dritter rundherum Warte mal der hat sich jetzt wieder von Der ist wieder los Ich geh jetzt hier raus ey Die nimm schon mit Ich wusste ja nicht Alter war die wach oder was? Och man Das war knapp Das war mehr wie knapp Aber dem fällt auch nicht auf dass diese eine Tür hier immer zu ist ne Das wäre auch Quatsch auch mal reinzuschauen So ein Nonsens Okay in der Folge haben wir jetzt in dem Schrank verbracht wie mit allem anderen So was denn jetzt? Ist der wieder weg? Komm jetzt hier Echt ohne Mist Habe ich noch gar keinen Bock mehr drauf Wenden der rum jetzt ist er wieder raus Ja Die legt sich wieder hin Passt In der Küche soll der Schalter sein Okay Ja Ich habe keine Ahnung Warum die jetzt nicht schon wieder kommen Ich weiß nicht warum der schon wieder kommt So ein Blödsinn aber auch oder? So ein Blödsinn Kann ich eigentlich den antiken Stuhl auch in diesen anderen den ich jetzt klauen soll mit rein tun Zum 100. Mal kommt der jetzt hier reingerahnt Ey Ich komme gleich raus aus dem Schrank Junge Nimm ich dir die Knifte weg und dann graubelt es hier drin erstmal Kann ja nicht wahr sein ey Die sollen sich verpillermannen jetzt ey Ich will die Karre noch klauen dann ist gut hier Ich lasse mich jetzt hier raus ey Die sollen mich doch mal Ich will mich doch mal gerne haben Also ganz ehrlich Ich weiß nicht warum Oder was hier das Problem ist Was muss ich wieder drücken? Maus Ich komme nicht raus Oh lol Komm schon Baby Kurz schließen kurz schließen Oh was? Und tschau War schön mit euch NULL So ne Scheiße habe ich echt noch nicht erlebt So einen Müll habe ich echt noch nicht erlebt Oh komm jetzt gehe ich aber gleich rein hier Ja warte mal die eine ist noch da Ah ok alles klar Die eine ist noch da Da weiß ich noch ganz kurz Bis sie jetzt geht Und dann gehen wir fix rein Räumen die Bude leer Und dann gehen wir auch mal schlägen Ja das ist ja schon mal Ach das sowas ey Die Kameras hacken Die Kameras hacken Ja man kann auch die Kameras hacken Das werden wir dann Das werden wir machen wenn wir Äh wieder aufgestiegen sind Das ist unser Problem Ich glaube die Kameras hacken Brauchen wir Benutzt es die PDA um Terminals zu hacken Das haben wir ja schon Das PDA Warte mal habe ich ein PDA oder sowas einstecken Hacker PDA Stimmt Aber das kann ich jetzt gar nicht noch gar nicht benutzen So Ist die jetzt weg? Ne noch nicht Aber gleich Wer hier nur beobachtet ey das geht mir auf den Pinsel Das gibt es ja gar nicht sowas So was ist denn nun? Ich weiß nicht dass die Tür da vorne offen ist Das hat mich echt vorne gewundert ne? 18 Uhr 19 Uhr geht hier Oh alter seid ihr nicht ganz sauber oder was? Ich war hier voll im Trance ey Wir haben den Dieb ertappt Ja den Dieb ertappt hier ey Fangt ihr auch noch so an hier? Hört ihr jetzt mal auf? Ja Kaffee machen Aber zackig So ist die Olli jetzt weg? Die geht jetzt gerade Okay Setz mich in den Busch Tschüss Ha Rein in die Bude jetzt So Kommt Maus geh raus Okay Die Kamera haben wir schon mal Passt Dann muss allererstes Das Tor auf Okay Das Tor geht auf Ne T-Box Ja super Ähm Okay Jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen was durchsuchen Okay Okay Laptop nehmen wir wieder mit Drucker nehmen wir nicht mit Okay Die zwei Sachen nehmen wir mit Das nehmen wir auch mit Okay Jetzt kurz mal hier reingucken Da ist auch nix Da ist auch nix Da ist auch nix Da ist auch nix Äh Da ist auch nix So ein olle Maus So jetzt gehen wir hier ins Schlafzimmer Schnappen uns die Violine Die meisten haben im Schlafzimmer doch immer Geld liegen oder? Oder eine Digitalkamera Das kann natürlich auch sein Okay Dieser olle Stuhl dort Ey der ist bestimmt ein Haufen Kohle wert Gut Das haben wir das haben wir das haben wir Hier gab es glaube ich nicht wirklich was Okay Jetzt ist natürlich die Frage Kinderzimmer war auch nicht wirklich was Können wir den Stuhl hier rein tun? Kann ich den Stuhl nicht mitnehmen, ne? Oh das ist doch zum Heulen So ich guck mal ob ich zuerst die Alarmanlage ausschalte Ja Kann man zuerst ausschalten Äh Achso ja Achso ja Achso ja So Einmal offen So jetzt soll man die Bude knacken Ich habe immer keine Ahnung welche Kabel hier wo rein sollen Stuhl kriegt man echt nicht mit, ne? Nochmal Okay Wahrscheinlich immer die gelben Kabel Komischerweise Warum auch immer Okay wir machen den Flux Sehr schön Warte ich habe eine andere Idee Ich könnte die Gattenzwerge noch schnell zerdonnern Moin Ja Moin Einmal Oh nur den einen? Perfekt Und tschau Reingehauen Leute Jetzt kommen die Kopf von hier oben mit Flipp ich aus So sehr gut Wir haben das Auto geklaut Haben natürlich unser Auto zurückgelassen Ist ganz klar Fällt ja nicht auf Steht ja aber auch auf dem Parkplatz Und wir haben ein paar andere Sachen geklaut Das heißt eigentlich easy peasy Oh yeah Das gab viel XP Die bis Rating A Kann man machen Sehr schön 31k am Start Flinkheit Level 4 Ok Regenrind klettert Hier ist es los Hier gibt es nichts aktuell Skillpunkte Schauen wir uns das ganz kurz an Wir haben 3 Skillpunkte Ok Flinkheit Dafür brauchen wir Ach ich kann ja nicht mal schwere gegenstände schneller tragen Den habe ich ja noch nicht mal gemacht Na das ist ja witzig Das machen wir noch Und Warte mal was ist das? Mehr Platz zum Rucksack Perfekt Ok Kein Problem Auto Diebstahl Level 3 Goodie In diesem Sinne meine Lieben Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Lasst das Däumchen da wenn es euch gefallen hat Und Ja ich bin erstmal raus Bis dahin Tschüss Euer Manus